Fagos Defensive gehen, entschuldige Kleiner Schluck auf Ich hoffe, der geht gleich wieder weg Der Schluck auf Ja, apropos Defensive Ich könnte natürlich hier zuschlagen Nur, ähm, ja Der Gegner macht 13 Schaden Hat dazu Schnitter Mit Volltrefferquote, klar Deswegen wäre ich sogar dazu geneigt, dass er wartet Und er übrigens auch Der könnte natürlich auch wieder hier den Reiter platt machen Ich kann mir gut vorstellen, dass Damien dann hier hochzieht Sobald hier mal ein Platz frei ist Deswegen warten einfach beide Muss manchmal echt auf Distanz gehen können Und auf Defensive Anders als ihr beiden Ihr schleicht euch ja hier an der Mauer vorbei Damit ihr schnellstmöglich zu Fagos kommt Und, ja Du stellst dich mal da hin Und, ja Lassen wir das Ganze mal auf uns wirken Was jetzt passiert Das ist natürlich jetzt nicht so gut Hey, Level ab Wow Für Auswin Verteidigung, KP und Fähigkeit Ja, super Schön Jetzt kommt der Hammerschlag Ah Arme Auswin Zum Glück kein Schaden Dafür ist seine Panzerung zu gut Aber meine Güte Musste der jetzt einstecken Der arme Kerl Meine Hüt Das wundert mich jetzt Okay Auswin Mein Freund Und Ja, macht er einfach weiter Jetzt hat sie natürlich eine Heilung Keine Pflege, ne? Verdammt Gut Bringt ja alles nix Du kommst auch mal daran Du kommst hierbei Na ja Gut, du machst jetzt dem Einfach ein Ende Die ganzen Sache ein Ende Das ist dein einziges Ruf Er scheint Und Level ab für Cats Jawohl Und Level ab für Hector Ja, ist immerhin Glück dabei Und hey, Waffenlevel Ja, gut Mach mal das mal Bäm Angeber Vielleicht kann der gehen Bis dahin Okay Hier ist noch der Händler Hier sind auch noch Häuser Zu denen wollte ich auch noch gehen Ähm Ja, schauen wir einfach mal Oh nein Oh nein Warum hat er die ganze Zeit Nichts gemacht Der hätte seine eigenen Kameraden Auch mal heilen können So ein Blödmann Ey, wirklich Hehehe Hehehe Ich habe ein bisschen Angst um Priscilla. Nein, war das jetzt einfach so. Lava! Och, was ist denn heute los? Was ist denn los mit euch allen? Ja, gut, machen wir das noch. Dann ist der weg. So, wie steht es mit dem? Kriegt er das klein? So gut wie. Er muss nur geheilt werden. Mach mal Mauerblümchen und heile dich selbst. Ich kann mir vorstellen, dass die sich auch gleich bewegen. Ja. Und kritischer Treffer. Bäm! Lucke aus dem Handgelenk. Ich glaube, es ist einer noch ein Slot frei. Ja, dann kann er hier einen Besuch machen. Und. Ja, eigentlich könnte er schon das Ganze beenden, aber ich möchte noch zu den Häusern. Eigentlich möchte ich ja doch noch zu den Häusern. Vielleicht sind da ja noch gute Items, man weiß es nicht genau. Was ich sagen wollte, die alte Frau am Anfang hatte ja prophezeit, es wäre nicht so klug, sich alle Häuser anzugucken. Aber ich glaube, das war eine Finte. Ich glaube, das sollte ich trotz allem tun. Oh, mein Magen grummelt. Nerva! Stärke! Ja! Wie gesagt, sein kann dahin. Seid ihr an diesem Schwert hier interessiert? Es wird Lanzenmeister genannt. Im Kampf gegen Lanzen erwacht dieses Schwert zu erstaunlicher Kraft. Doch ist es Echsen gegenüber ein wenig im Nachteil. Kommt nur und nehmt es. Ihr seid doch zur Insel des Grauens unterwegs, oder? Wenn ihr den Piraten ausweichen wollt, geht hinter den Laden vorbei. Dann folgt nur noch einfach dieser kleinen Gasse. Ich wünsche euch viel Glück. Piraten vorbei? Ja, natürlich. Wann denn? Wie denn? Was denn? Wo denn? Ich gehe mal mit dir da hin. Du kannst da hingehen? Ihr werdet also von den Piraten auf die Probe gestellt und vom Ausgang dieser Probe hängt eure Überfahrt zur Insel des Grauens ab. Hier, nehmt diesen Bogen. Eine seltene Schönheit, nicht wahr? Ein Freund aus Sakei gab ihn mir, aber ich kann damit nicht umgehen. Passt da draußen gut auf euch auf. Yay, ein Kurzbogen. Der ist echt gut. Er hat eine hohe Volltrefferquote. Gut, gibt's irgendwen, den ich heilen muss? Ich glaub, ja. Ellie, ne. Hector ist auch noch fit bei der Sache. Kent muss geheilt werden. Ja gut, jetzt Hector auch. Hat Priscilla also wieder was zu tun. Das sind ja auch die Taschen voll. Nee, du hast einen Zoll frei. Huch, ja, okay dann. Ja, zu schnell getriggert. So passiert das. So passieren viele. Hier ist noch nur einer. Hier ist noch Dart. Ich hab keine Ahnung, ob der sich auch bewegt. Und die Arena, die kann ich aber auslassen. Zu der möchte ich nicht gehen. Seid ihr schon in der Arena gewesen? Sie ist voller Gauner und Glücksritter. Aber ihr könnt dort reich werden. Ihr müsst nur setzen und gewinnen. Ja, das Gewinnen ist das Problem. Doch werdet ihr besiegt, verliert ihr nicht nur Geld, sondern auch euer Leben. Wenn der Sieg in immer weitere Ferne drückt, 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 drückt B, um aufzugeben. Vergesst nicht, ihr könnt nicht aufgeben, wenn ihr tot seid. Aber zögert nicht zu lange. Ja, soviel dazu. Und das ist wirklich richtig fies. Also da hat man auch mal eben einen Drachenreiter vor sich, der dann auch ordentlich ausholen kann. Und ja, also ich möchte das an dieser Stelle doch meiden, auch wenn man reich werden kann. Das ja, allerdings haben wir, glaube ich, drei oder vier Feuerjuwelen. Wir hätten eigentlich genug Möglichkeiten, um reich zu werden. Das ist jetzt nicht das große Problem. in diesem Spiel. Dass wir jetzt wirklich Geldsorgen hätten. Ich versuche jetzt nur noch mit den beiden Magiern zu den Häusern zu gehen. Äh, kennt... Wir halten uns so ein bisschen im Laden gehen. Und du kannst ja eigentlich hier stehen bleiben. Ja, woher machst du? Darth hat kein Interesse zu kämpfen. Finde ich auch irgendwie sehr interessant. Vielleicht kann ich den ja auch ansprechen. Erstmal schicke ich dich dahin und du kannst dahin erstmal einkaufen gehen. Ja, Magen, du kriegst gleich was zu essen. Aber ich habe keinen Appetit, das ist ein Problem. Eure Seele ist voll des Mutes, dass ihr an einen so gefährlichen Ort kommt. Hier, nehmt diesen Stab. Mit seiner Hilfe könnt ihr jene, deren magische Resistenz gering ist, geringer als eure eigene, für eine Weile in tiefen Schlaf versetzen. Ob es funktioniert oder nicht, hängt von den Anwendern ab. Mir scheint, diese Piraten machen euch das Leben nicht leicht. Vielleicht hilft euch dieser Stab bei der Sache. Äh, okay. Wir haben einen Schlafstab. Ja, schön. Ähm. Kann ja aber Priscilla wieder verwenden. Mein Magen macht Geräusche. Das ist so irritierend. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Wahrscheinlich hört ihr es aber trotzdem. Gut, also. Wieder einen neuen Heilungsstab. Einen Pflegestab. Nein, nehmen wir mit zwei. Jetzt bin ich zwar quasi schon pleite, aber wir können noch einen Blitz kaufen. Ach, Hände voll. Ja, dann eben nicht. Dann eben nicht. Gut, müssen wir noch jemanden heilen? Nee, doch. Heiktor. Für die Erfahrungspunkte! Yay! Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze mal. Der Part ist ja jetzt fast schon lang genug. Reden! Reden! Mit dir! Mein Kumpel! Sauf, Kumpan! Aha! Ihr habt es also geschafft, Welpen. Das war ganz schön knackig. Und knifflig auch. Jetzt werdet ihr uns die Überfahrt gewähren, ja? Ich bin ein Mann der See. Mein Wort halte ich immer. Trügen mich meine... Achso. Ich hatte das jetzt noch gewundert, dass Lin erscheint. Trügen mich meine alten Augen? Gehört diese Schönheit zu dir? Das ist mein Glückstag. Hört zu. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber... Ihr müsst das akzeptieren. Wir haben keine andere Wahl. Das weiß ich. Ich habe nichts gesagt, okay? Jetzt können wir die Insel des Grauens endlich erreichen. Bitte, Frascha. Sei unbesorgt und unversehrt. Wow, wir haben den Zeitquass geschafft. Okay, dann würde ich sagen... Ich kann ja mal wieder auf Slot A speichern. Fällt mir auch mal ein. Ja, meine Lieben. Der Part hat ein Ende. Schaltet beim nächsten Mal bitte wieder rein. Es wird mit Sicherheit wieder spannend werden. Ja, gebt dem Video ein Dämpchen nach oben, wenn es uns gefallen hat. Kommentieren, abonnieren, wie immer. Und bald wieder einschalten. Bis dann! Chibi-checks! Bis zum nächsten Mal.